So was sieht man gerne an. Katzi. I would fight him. No good. No good eh? No good eh? Good coordination. I'd be done for. If it weren't for this Theronis. Thanks for the coordination. No good eh? Nein! Was ist das? Ich denke, das ist ein Decider. Okay, lasst es. Ja, wir haben das! Komm schon, was sie spielen? Ich bin verrückt? Wir haben sie Bironis und alles. Sie sollten nicht mehr zurückhalten werden. Sie denken, sie könnten uns überrestehen? Wir, von allen Leuten! Entschuldigung, O. Äthelvel Oskar. Aber Kameravi? Wir können ihn nutzen. Kameravi? Ich verstehe, was du sagst. Ich weiß, dass wir sogar diese Option haben. Jetzt sehen wir den Krieg vor dir. Use jede letzte Menge von Kraft und grüß ihn. Was ist passiert, Kameravi? Was ist passiert, Kameravi? Was ist passiert, Kameravi? Oh, nein. Die Iris. Ich wusste es. Kameravi! Was ist passiert, Kameravi? Das ist... Ich bin. Ich bin frei. Frei? Du bist richtig. Wir sind frei. Frei! Was ist das? Was ist er? Ethel, was? Attend, Ethel. Ja, unser Traum wird nicht verraten. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Konsolen sind? Nein! Das ist... ... was sie wollen. Das ist richtig, Mir. Ethel! Ever seit ich alle kennengelerde, ich habe Sie vermieden. Wir? Ihre Freiheit! Ich habe die Glückwunsch, in meeting alle Sie! Sie haben meine Gratitude! Gratitude! Das Gefühl von Elation... ... liberatieren! Ist das nicht? Ich fühle mich auch, Kameravi! Was... ... was sie für uns kämpeln? Oh? Ich... Ich kann nicht glauben! Er... ... er wird nicht hören. Komm schon! Ethel! Warum in Flames müssen wir uns kämpeln? Wir müssen uns sein! Ich habe gesagt, Noah. Observe. Das hier ist das Ziel meiner Leben. Ich weiß, Sie waren diejenigen, die endlich öffnen meine Augen. Stop das! Stop es! Das instant! Ethel! Kameravi! In diesem Fall... ... 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 Oh! Das ist Zeit für Plan B. Interlinking. Du bist mit ganzem Talent. Du fühlst dich special? Was, jetzt? Ich liebe dich, deine Wurzeln. Aber ich bin Angst, dass es nicht nur ein Ouroboros-Thing. Oh? Ich bin bereit, wenn du bist! Dann? Wir wollen? Mobius! Jetzt! Feast deine Augen! Oh, ich kann nicht sehen. Ich versuchte dich, mein Schmerz. Ich versuchte dich, mein Schmerz. Wir haben dich wissen, dass dies die wahrste Form der Interlinkingen ist. Ja! Die Form, in der zwei Welt werden eine. Eine viel einfache Form, als diese... ...Half-Ast-One, die du überrascht hast. Schau dich an uns und schau dich vor der Perfektion. Du bist in der Angst vor mir. Du bist in der Angst vor mir. Tja! Mia? Stop! Stop! Stop? Stop! Mit jeder Leben! Was haben sie mit dir gemacht? Warum? Alles, was sie wollten, war sie zu sein. Sie haben alles in ein Spiel. Sie haben sie weggebracht, wie doller. Das sind unsere Leben hier. Sie sind keine Schmerzen, die du einfach mit spielen kannst. Sie haben sie mit. Mimi ist richtig. Ich habe keine Ahnung, wer du wirklich bist. Ich liebe es. Ich liebe es. Aber ich weiß eine Sache. Sie haben wirklich meine Sparte fliegt. Sie sind in der Mitte. Sie sind in der Mitte. Sie fühlen sich schuldig, weil Sie noch nicht verabschieden sind. Sie müssen das gut genießen, während es dauert. Denn ich bin bereit für die beiden Möge. Usually, I'm not one for outward displays of emotion, but not today. Noah, you better not stop us! Oh, believe me, I won't. You make me laugh. Us, half-arsed. Our conviction has never been stronger. And now, we will show no mercy. By Ethel and Kamurabi's lives, I swear! I'll make you pay! You are a worse brat! Come on, then! This time, you shall tremble before our perfection! Oh, shit! By the way, it's mir aufgefallen, dass ich eventuell nicht das beste Outfit für Nia hatte. In der Cutscene sah das eine... Äh, Nia. Ich sag schon Nia. Ich mein Nio. Sorry, beides Katzengirls. Und ja, das sah ein bisschen awkward aus, dass sie grad ihr Herz rausgeschrieben hat und so eine kleine Kochmütze aufhat. Ja, das war ein Easy Fight. Ich find's cool, dass die so eine Form haben, also sich ihre Form so ändern von den Möbils O&P. Actually cool. Dass sie, äh, jetzt gerade so aufrecht stehen, aber auch auf Bier gehen können und dann der andere übernimmt sozusagen. Finde ich cool gemacht. Ich glaub, der ist mal down, weil Tyon auch mit am meisten Schaden macht, wegen seiner Klasse. Kann jemand mal jetzt mal, äh, bitte mal aufheben? Danke. Ah, ja, wir sind immer noch überlevelt. Ah, tatsache ist der Part, der Part, der fight gar nicht mal so easy. Man teilt schon wieder down, kann niemand aufheben, oder die Synchro mit ihm machen kann, bitte. Ja. Let's go. Wieso? Oh. Ich hätt dreiteilige Kanone machen können, Tatsache. Tschuuu. Komm noch gar nicht mal so wenig Schaden. Ich mach einen Schuss ab, Luna. Nee, ganz knapp nicht weiter. Uh, 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 uh. Also wir schauen, Leute. Nice. Ungeworfen. Von mir. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Kurioser Furor. Ich setze da gerade ein. Wir sind alle noch relativ healthy. Sehr schön. Und dann machen wir gleich die Angriffskelle, wenn wir hier raus sind. Oh, wir können zwar zweimal schießen? Eben in den 3er habe ich es nicht hinbekommen, weil ich zu schlecht geduckt habe. Aber diesmal geht es. Sehr schön. Alle am Leben, dann anderes Kette. Let's go, Leute. Ähm, wir fangen nicht langsam an. Ähm, ähm, ähm ähm eh. Brrvaa. Brrraa. Da haben wir dem Schranken an. Yes. Dann machen wir auf sie mit einem... Wollen wir das machen? Kommen wir mit auf 100? Gucken wir mal. Ja, kommen wir easy zu. Wow. Juni wurde reaktiviert. Okay. Senna wollen wir richtig. Yes, wir wollen Senna. Okay, dann gehen wir für Noa, machen Ohnmacht. Jetzt noch 99 und dann nach Juni das hier beenden mit... Nehmen wir. Seid schon, haben wir auch einen sehr gut. Als zwei Leute werden wieder ready gemacht für die Kette. Sehr gut. Oh, die beiden reaktiviert. Leider haben wir echt nicht Dingens bekommen. Ah, komm. Leider nur mal eine reihe Angriffskette. Bisschen blöd, aber so machen wir. Dann gehen wir hierpür. Dann nehmen wir die beiden Heiler. Und zum Schluss dann Tayon. Kann zwar sein, dass die Kette gar nicht mal genug ist, ne? Oh, sehr schöner Scham. Ah, da doch. Damit reicht die Kette, glaube ich. Bam, 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 bam. Yes, Vernichtung. Das war gut. Ja, war aber eine schlechte Kette. Oh, Katzin. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal. Wie können sie... Wie können sie... Wie sind sie so stark? Bordet up, Knife! Shut up, mit der I-Panel-Bee-Bee! Nicht sagen uns, unser Zeitpunkt ist jetzt! Wir waren nur die besten Parten. Ich nehme diese Half-Bräts und schreibe die Leben aus ihnen. Ich kann immer... Ich kann immer durch das... Nichts für es. Gehen für Full Interrenk. Oh! Better brace yourselves! Because you're going to have a hard time! Stop it, Nick! You're Ouroboros. No, wait! You are nothing to Morbius! No, something's strange! You will never... Get away with business! Never! 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 We have to get away from them! We have to recruit! We're not! Gonna make it! Oh, shit! Mio! I'm on it! Huh? Mio, what are you? This is it! It's the only way! Me! You are not! No! Yeah! No! Untertitelung des ZDF, 2020 Is it over? Are we all in one piece? Yeah. I think I've got all my limbs attached. Queen's fingers, that was close. Quite a snap decision there, Noah. That was Mio's doing. I'm very impressed. It was easy. I do know how you think. I think. I think. I think. I think. I think. Amen. 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 Noah, can I ask a weird question? Sure. In that ceremony, you didn't send them off? No, today's been a bit much. I'm only human. I know, right? Well then, that's a relief. It's wrong. That shouldn't be what gives our lives purpose. Wasn't there a different way? A better one? Those two fought for their ideal. Something more important than their lives. Honor? Or pride? Satisfaction, perhaps? No, that's wrong. Something we can't put into words. Yeah, but what? Can it really be that important? I can't say. Do you think they found it? That something? Be nice if they did. You think so? I just... It seems so sad. I can't say, but none of you should have been forgiven. You are not so sad. You are not so sad. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich wollte mich eigentlich an das Ding hier setzen, danke. So, wir haben nämlich einmal eine Sache zu besprechen, nämlich Two-Tans und Gorillusse. Im Markterwald haben sich Two-Tans mit Kohle und Gorillusen gekloppt. Die Karawanen-Opern meinten, der Krieg zwischen ihren Völkern läuft jetzt schon seit über 1000 Jahren. Das ist ja wie bei uns, Kevis und Agnes. Hm, also wirken wir für ausgestehende Brachter genauso bekloppt wie diese Two-Tans und Gorillusse. Da sieht er gar nicht ähnlich, so nachdenklich zu werden, Lanz. Fühlst du dich den Viechern so nah? Ach, so ein Quatsch. Ab und zu mache ich mir halt mal auch ernsthaft Gedanken und so. Aber scherz beiseite. Diese Monster sind bereit zu sterben, um ihr Territorium zu verteidigen. So gesehen gibt es wirklich keinen großen Unterschied zwischen unseren Spezies. Aber wenn sie uns so ähnlich sind, dann müsste es doch auch möglich sein, dass sie sich dann eines Tages versöhnen. Genau wie wir, meinst du? Ja. Wir sind der lebende Beweis dafür, dass so etwas möglich ist. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit in den Sternen steht. Aber ja, irgendwann finden sie vielleicht einen Kompromiss, der zur Versöhnung führt. Was meinst du, Lanz? Ich habe nicht gedacht, dass ich mich irgendwann mal von deinen Worten aufgemotert habe. Für die Teilung. Freut mich. Wenn ich helfen konnte, freut mich, wenn ich helfen konnte. Er wäre auch schwer träglich, wenn du dauerhaft ernst und nachdenklich würdest. Er kann nicht sich, Leih, nicht lassen. Cute. Stufen ab. Gucken wir mal, wie viele Stufen wir aufsteigen könnten. Von 42 auf 50. Wir können zum Beispiel auch 50 gehen. Er ist krass. Hydrate, Steiger, Eigenität, Hochgeschick und so weiter und so fort. Ich bin echt ein bisschen dazu geneigt. Weil können wir die aus den ganzen Euro 50, ja. Weil bei 50 gehen wir da Sachen freigeschaltet. Aber Ado, ah. Ich möchte nicht überleveln. Wir haben nix Neues. Okay. Kochen wir mal wieder was. Ich glaube, wir haben ja... Nack mal. Ich denke, es ist weg. Jetzt haben wir eine Goldmengebeute. P. Sammelbonus. Klassen-EP ist halt immer noch das Interessanteste, ne? Ja. Gehen wir wieder für 25% Klassen-EP. Let's go. Hm, 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 hm. Ähm. Bli, blup, blup. Ähm, hm, hm, hm. Gut, gut. Äh, ich würde hier war für heute aufhören. Tatsache, wir speichern nochmal hier. 60, eineinhalb Stunden. Hm, hm. Ordentlich wieder Fortschrift, äh, Fortschrift, äh, Fortschrift, hm, hm. Vollschritt gemacht, vor allem in der Hauptstory. Nächstes Mal können wir uns dann wiederum viele Nebenquests. Gucken nochmal bei den alten, ähm, Dorninen vorbei, sobald wir ja unsere momentanen Nebenquests fertig haben. Und, ja, ne? Bauköst, mal gucken, wann, wann die dann weitergeht. Hat auf jeden Fall heute wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber das war's dann für heute. Morgen geht's weiter.